Ja Leute, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hausflipper mit meiner Sturmfrisur. Ich bin massiv am Vorproduzieren, weil ich bald im Urlaub bin und ich möchte euch natürlich am besten auch jeden Tag trotzdem eine Folge bieten können. Und deshalb seid gnädig und macht euch auch so eine Frisur. Also so ein totes Tier auf dem Kopf. So, ähm, ich find's relativ lustig eigentlich, also, Gott, die stehen auch so, so richtig schräg, ne, oder die liegen dann irgendwo da, aber da gewöhnt ihr euch schon dran für die Woche, ne. So, ähm, also das Bett hier, find ich persönlich, geht auch gar nicht, das kommt weg, das kommt weg, ist doch alles scheiße hier. Das ist auch hässlich, der Stuhl auch. So, gucken wir mal. Ich find diese beiden Eckdinge auch super hässlich, muss ich ja mal sagen. Dat verchecken wir auch. Zack, zack. Den auch. Dat Bild auch, find ich auch scheiße. So, dat lassen wir mal alles so. Ja, was kann ich denn hier reinmachen? In den Lagerraum gibt's ein Büro. Erstmal gucken, ob's ein Büro gibt. Und wenn nein, dann bauen wir ein Büro. Äh, ne, anscheinend gibt es kein Büro, dann mach ich hier doch, glaub ich, ein Büro rein, ne. Ja. Ähm, erstmal hier die ganze Scheiße weg. Mal gucken, ob hier ein, äh, ne, ich fang erstmal an zu streichen, würde ich sagen, ne. Einräumen kann ich immer noch machen. Hier soll aber auch dieser wunderschöne Holzboden dann rein, ne. So, zack. Haben wir. Hier im Türsturz natürlich auch. So, da ist. Hier machen wir auch einen Holzboden rein. Ich find Teppich extrem scheiße, so. Kann allerdings daherkommen, dass ich, äh, Katzen hab und dann Teppiche echt nicht so cool sind. Ja, also, ne, will man dann nicht. So, ähm, Bodenfliesen, ich mach das Bad hier oben so wie das unten. So, diese Fliesen auf dem Boden. Zack. Dat dahin. Ne Dingens in der Heizung ist dran. Das ist fein. Ähm, kann ich hier eigentlich ein Fenster einbauen? Gibt's nicht, ne. PC Phoenix. Ne. Äh, Fenster scheint es anscheinend nicht zu geben. Außer es ist wieder ein Einbaufenster. Aber ist mir ein Latten. So, äh, hier kann ich doch bestimmt irgendwo... Bah, was ist das denn? Ne, die machen wir auch mal direkt weg. Die hässliche Scheiße hier. So, ähm, die auch. Weil ich hätte eigentlich gerne nämlich mal so eine riesige, fette Badewanne. Habe ich noch nie eingebaut. Ähm, hier sowas. Ne? So, jetzt montier ich die mal. Gucken wir mal, wie die aussieht. Jetzt montiert er die im Ernst so. Really. Ja, gut. Andersrum wird wahrscheinlich eh wieder nicht gehen. Deshalb montieren wir die jetzt mal so. Zack. Die hier rein. Hat er natürlich, ne. Also, das ist Ast rein. Da hast du so ein richtig schön hässliches... Äh, so einen richtig schön hässlichen Hohlraum inne. Im Badezimmer. Und so eine Gerade mitten im Raum. Ganz, ganz komisch. Naja. Ist ja auch Latten, ne. Ist halt so... Guck mal, Badewanne ist schneller angebaut als so eine Dusche. Fertig. Ah, ne. Jetzt muss ich noch einen Wasserhahn dran machen. So. Der steht da jetzt voll raus. Ja, da tüft er angebaut. Also, so wäre ich ja auf jeden Fall richtig dick zufrieden damit, wenn so... Eine Badewanne bei mir im Bad stehen würde. Aber ist egal. Äh, das Klo tauschen wir auch mal aus. Ist auch echt nicht mehr lecker. So, hol mal so ein Flätti hier wieder. Ne, so ein Flat-Scheiß-Haus. Ballern wir drauf. Deckel drauf. Hat auch weniger Teile, ne. Ist ganz angenehm. Weißt du ja, hinten die Hähne muss man auch nicht anschließen, ne. Ist auch merkwürdig. So, ja. Und fließe ich hier. Ja, aber nicht jetzt. Oh, guck mal. Das ist doch schön, schön hell. So, was mich daran erinnert. Ich wollte unten in dem anderen Bad Halogen... Ah! Halogen-Spots anbringen und... Wieso ist das denn jetzt so? Weil ich gerade... Ah, ja, ja. Ich weiß. Weil ich in die Küche das gerade so komisch gezogen habe. Von der einen bis zur anderen Ecke. So. Äh, Halogen-Spots wollte ich haben. Die finde ich natürlich nicht unter den Boden fließen. Halogen. Machen wir mal einen da hin. So, einen da hin. Ich bemühe mich ja schon, die so ein bisschen symmetrisch zu machen. Aber das ist nicht so einfach hier. So. Und noch einen da. Und wenn man jetzt anmacht... Bada-Bing-Bam. Komm, wie hell. Und geil, halt, ist das Badezimmer, ja. So sieht es nämlich aus. Okay, Wohnzimmer. Die kommt erstmal, Tynikowski, ab in eine... Ne, ab in eine Tonne, die Scheiße. So. Dann stellen wir das Ding mal gerade hin. Ist ja jetzt nicht das Schlechteste alles hier so. Die Möbel, ne. Baa, der ist aber schon ekelhaft, ne. Weg damit. So, den Tisch hier auch mal gerade hinstellen. Zack. Das kommt weg. Da kommt ein modernes Sideboard hin. Na. So, alles weggeballert. Ähm, Wohnzimmer. Gibt es da was eigenes? Natürlich nicht. TV-Hifi. Gucken wir mal. Auch da findet man wieder keine TV-Bank. Ah! Da. Schränke und Schränkchen. Modernes TV-Regal. Ich habe so ein bisschen... Ah, hier. Guck mal. Klassischer TV-Schrank. Ja, der ist ja... Der ist ja... An Schönheit kaum zu unterbieten, das Ding, ne. So. Ähm, was haben wir denn hier noch so? Schuhregal. Stilvolle Kommode. Auch zu klein. Ich brauche was größeres, Freunde. Hier sowas. Ist auch noch zu klein. Weil ich weiß, es gibt noch einen größeren. Glaube ich. Schrank Olo. Olo! Der wird es. Der ist doch schon mal schön. Okay. Der Rest ist aber nicht weiß hier, ne. Ja, ist egal. Aber das gefällt mir nicht. Also drei Farben will ich nicht haben. Hier weiß und das ist in Ordnung. Aber weiß, braun und noch ein anderes braun finde ich zum Kotzen, ne. So. Was haben wir noch? Was kann man denn hier mal noch Schönes hinstellen? Äh... Bö, 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 bö. Irgendwas Schmales brauche ich jetzt noch. Was weißes? Vielleicht sowas hier. Weil weiß ist immer neutral, ne. Kannst du überall dabei stellen. Aber ich will doch nicht so ein Shabby-Look weiß. Nee. Echt nicht. Dann machen wir lieber hier so einen kleinen Schemel noch hier hinten. Oder so ein kleines Mini-Schränkchen. So. Ähm. Wie viel muss ich denn eigentlich noch streichen, bis ich da malen? Noch 20 Wände, dann kriege ich den nächsten Skillpunkt. Okay. Das machen wir jetzt mal eben. In was für einer Farbe streiche ich denn das Wohnzimmer? So. Gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Pistaziengrün? Nein. Es soll irgendwie wohnlich warm sein. Äh... Reife Birne, Limone, Kaffee mit Milch, heller Lavendel, nee. Pastellrosen auch nicht. Hier sowas. Finde ich ganz gut. Sandmandel. Heißt das. Was ist das denn wieder, ey? Das ist auch wieder irgendein erfundener Scheiß-Farbton, oder? Oh ja. Das finde ich ganz okay. Beißt sich gerade schön mit der alten Farbe, ne. Aber wenn das alles mal so aussieht, dann ist das schon viel geiler. So. Guck mal. Jetzt muss ich noch 13 Wände. Jetzt noch 8. Gleich kann ich mehr Wände dann. Oder zumindest länger. Ne. Mit der Farbe komme ich dann länger aus. Brauche ich nicht so viel Farbe und kann besser streichen. Dann geht ja doch alles wieder schneller. So. Zack. Die 3 noch. Jetzt müsste ich gleich eigentlich... Da ist er doch, der Skillpunkt. So. Äh... 40% kleinerer Verbrauch. Bäm. Jetzt kann ich mit einer Rolle so weit streichen, Kollegen's, ne. So. Guck mal. Ja. Streichergasm. Ähm. Also. Das ist schon ein Träumchen. Ne. In... Sandmandel. Ne. Ein Traum in Sandmandel ist dieses Wohnzimmer. Aber ich finde zum Beispiel mit dem Weiß sieht das auch ziemlich geil aus. So. Die 3. Na. Jetzt kann ich als nächstes nur noch skillen, dass ich schneller bin, ne. Ja geil. Dann geht der voll ab. Dann geht hier so... Wie so ein Berserker. Wäre geil, wenn er nur in den Raum gehen würde und sich wie so ein Berserker-Skill drehen würde. Ja. Also ich fände es wirklich so geil, wenn es auch für solche Games so richtig kaputte Workshop-Sachen geben würde. Das wäre so cool. Ne. So ein RPG-Style-mäßig, wo du dann Wirbelwind-Skillen kannst und dann einfach alles mit Farbe vollsaust. Wenn du die Möbel nicht rausräumst, sind die halt auch eingefärbt. Na komm. So. Den noch. Oh. Da ist die Farbe schon wieder alle. Aber gefühlt sie hat irgendwie nicht 20% mehr Farbe. Im Gegensatz zu gerade. So. Muss ich sagen. Aber egal. Gucken wir mal. Ne. Das passt schon. Geht ja trotzdem relativ schnell alles. So. Okay. Muss ich halt noch einen kaufen. Naja. Kaufen. Den schmeiße ich direkt weg, damit ich nicht wieder auf den reinfalle die ganze Zeit. So. Würde auch reichen, wenn man nur klicken muss, um den Farbroller voll zu machen. Also ich werde immer fauler, was das Spiel angeht, ne. Aber man wird ja auch beim Fauler werden durch die ganzen Skills unterstützt, ne. So ist ja nicht. So. Zack, zack. So. Da ganz langsam und konzentriert lang, ne. Dann kriegt man halt auch in einem Rutsch geschafft. Oh, guck mal. Da oben war noch nicht fertig. Das finde ich natürlich schade. So. Badabing. Ja. Wenn ihr euch fragt, ne. Ich habe es gar nicht erwähnt. Ich habe zwar gesagt, ich fahre im Urlaub. Aber nicht wohin. Ich fahre nach Teneriffa. Und ich hoffe mal, ich werde da genug Videomaterial zusammenkriegen. Dass ich dann auch wieder ein cooles Video machen kann. So wie in Bulgarien. Ne. War ja, glaube ich, ganz nett. Aber lasst euch überraschen, ne. So. Die Küche. In welcher Farbe streichen wir denn die Küche? Ich streiche die Küche in... Grau? Ne. In Purpur-Quarz. Ach du Scheiße, ja. In einem schweren grünen. Nein. In einem purpurfarbenen Maiglöckchen. Okay. Was für eine Farbe. Stimmungsvoller Kobalt. Eisiges Blau. Ich mache die Küche Kakao. Ja, Kakao. So. Kakauchen. Oh, ziemlich schwer, ne. Die Kakauchen. Ach. Hat er denn da gemacht? Er hat auf der Wand rumgehackt gerade. War schon fast fertig mit allem. Er hatte schon die Animation gestartet. Weil er gedacht hat, passt schon. So. Aber ich glaube, ich werde nur diese Einbuchtung hier so streichen. Und den Rest etwas heller. Nehme ich auch noch in diesem Mandelquatsch. Weil, äh. Ah, die Farbe habe ich noch. Ne. Kann man also nochmal aufgreifen. Und nochmal aufgreifen ist meistens gut und wirkt stimmig. Ne. So. Ist nur die Frage, ob die beiden Farben sich hier gleich vertragen sollen. Oder ob das Augenkrebs gibt. So. Zack. Zack. Das haben wir auch fertig. Na. Boah. Das ist immer eine Hassstelle hier, ey. Vor allem, weil ich ganz am Anfang, wo ich das Spiel Singleplayer halt oder. Was heißt Singleplayer? Aber nicht im Let's Play gezockt habe. Äh. Da habe ich halt, äh. Immer zwei Prozent des Raums nicht gestrichen. Und dann habe ich gedacht, what the fuck. So. Und irgendwann stehe ich dann hier so und merke so. Ah. Okay. Weißt du? Und dann war es auch noch fummelig am Anfang. Dann konnte man halt noch doppelt streichen. Oder auch nicht genug. Und es sah so aus, als wäre es fertig. Und da war ich halt einfach nur massiv abgefuckt. So von. So. Oh. Ich wollte das doch eigentlich gar nicht so streichen. Egal. Dann mache ich jetzt den Rest, äh. In dieser anderen Farbe. Wird schon. Wird schon geil aussehen. Pass mal auf. So. Komm mal mit. Sandmandel. Zack. So. Ah ja. Das passt schon zusammen. Wird nur gerade dunkel hier drin, ne? Ist Nacht. Machen wir mal hier Licht an. So. Ja. Das passt schon. Das passt schon. Mache ich jetzt einfach so. Wenn das dem zukünftigen Käufer nicht passt, dann brauche ich ein Haus ja nicht kaufen. Ja. Ich habe auch andere Leute an der Hand. Arschloch. Ne? Also da bin ich nicht so entspannt, was das angeht, ne? So. Das noch. Ich hasse es. Also wirklich hier, da. Komm. Jetzt ist die Rolle wieder leer. War so klar, ey. Jetzt ist gleich der Eimer wieder leer. Geil wäre, wenn gleich einer vom Ordnungsamt kommt. Und ich ein Bußgeld bezahlen müsste, weil ich nachts noch arbeite. Ne? So. Wenn man den schon angefahren kommen hören würde. Und dann macht man Licht aus. Damit der einen nicht sieht. Ne? Das hat man da gerade renoviert. So. Komm. Mach jetzt fertig. Oh. Die ist jetzt auch alle. Und ich bin mir sehr sicher, dass das nicht reichen wird. Ah. Ja. Dann kaufen wir halt hier noch so eine Sandmandel. Pff. Sandmandel. Hört sich an wie Eierpfeile. Klingt halt für mich. Ja. Also. Mann, Mann, Mann. So. So. Das haben wir. Das haben wir schön. So. Oh. Ich hasse jetzt einfach, dass man immer wieder nachfüllen muss. Warum kann man sich nicht so ein Sprühset holen? Gibt's doch auch so ein Farbsprühset. Da machen wir noch pff. Pff. Eine Wand fertig. Ne? Das wäre schon ziemlich pornös geil. Okay. Die haben wir alle richtig gestrichen. Ja. Den Tisch, den stellen wir mal wieder vernünftig hin hier. Aber ich stelle hier mal so hin. Macht da viel mehr Sinn, oder? Wenn man jetzt hier noch Stühle zwischen kriegt, ist das besser, was passieren kann. Und jetzt hakelt es wieder aus irgendeinem Grund. Aber es ist nur manchmal so. So. Anscheinend ist das Spiel noch so ein bisschen schlecht am Performen. So. Stühle. Da wollen wir natürlich was weißes Küchenmäßiges haben. So. Holen wir doch sowas hier. Perfekt. Der passt da noch hin. Jetzt kaufen. So. Noch einen. Mal. Dreh dich doch zum Tisch hin. Du scheiß Ding. Weißt du. Dann kannst du nicht immer mit Shift drehen. Manchmal muss man den kleinen Steps drehen. Manchmal den großen. So. Und jetzt hätte ich gerne noch eine Lampe. Lampen. Oder gibt es wieder Deckenlampen. Ja. Warum? Warum? Warum nicht in eine machen? Das ist doch Panne. Das ist doch scheiße. So was? So was hier holen? Das ist das gleiche, was da auch schon hängt. Ja, ne? Ja. Das ist gut. So. Den kann ich vercheckern. Den kann ich vercheckern. Jetzt machen wir wieder Licht an hier. Das nervt mich gerade. Was ist denn hier so am rumleggen? Ist echt hart. Merkt ihr das? Seht ihr das? Ah, guck mal. Jetzt zwischendurch wieder weg. Ich weiß nicht, ob der zwischendurch irgendwas rendert oder was. Mach mir die Räume zu. Vielleicht rendert der die ja nicht, weil ich da nicht reingucken kann. So, ne Lampe. Ja, da haben sie ja ne Killerlampe hier angebracht, ey. Deckenlampe. Ich brauch irgendwie hier Deckenlampe, Strich. So, mach auch mal hier so ne schöne Deckenlampe rein, die dann auch mal ein bisschen Licht in dieses Scheißteil bringt. Diese blöde Garage hier. So. Ist auch direkt mal viel besser. Fühlt man sich da auch mal ein bisschen wohnlich hier, ja? Aber ich würde mal sagen, ich verabschiede mich jetzt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.